So, keine Ahnung, warum es funktioniert hat, aber dann holen wir mal den Anhänger, den du da verloren hast. So, keine Ahnung, warum es funktioniert hat. So, bitte nochmal einladen, Verbindung ist viel geschlagen. So, keine Ahnung, warum es funktioniert hat. 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 So, whatever. Das war's für heute. Sehr schön, dann haben wir das jetzt einmal. Das war ein kleines Auer. Herr Schuttgart, ich beendete den Stream hier einmal. Ihr werdet dann wieder zugefolgt, wenn ich wieder im Spiel drinnen bin. Also, bis gleich. Ich erkläre mal ganz anderes im Spiel. Wer lasst mich das nicht machen? Okay. Doo-bi-doo-bi-dam. Okay. 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 Gut. Bisschen hoch. Ja gleich. Nach der Schlammlacke. Ich glaube, ich habe eine kleine Espanse. Ich habe eine kleine Ange-Fung. Eine große Ange-Fung. Eine Knotöne. Sie kommen nach Ozen. So schön. Irgendwann setzt ein Hänger bei mir, er ladet so lange, aber tut sich nichts, er sagt, ich habe die Verbindung abgebrochen. Ja, das können wir dann auch nochmal starten, tut das nur schnell ab, noch alles. Was mit dem Stall verstehe ich nicht, das müssen wir uns dann anschauen. Kann der Stall nicht ablehnen. Aber gut. Wir haben einen speziellen Anhänger gebraucht. Ich habe es zuerst auf der Breach gehabt, jetzt habe ich es am Anhänger oben und das geht nicht. Wenn du das mit dem Kran rüberladen musst. Ich hoffe jetzt auch nicht. Wenn jetzt was Wurschtes bist du da. So würde es gehen. Bitte? Als wenn du dann da bist, geht es eh. Ich muss nochmal durchlesen, ob man versteht das irgendwo. So, bitte schön. So, technische Probleme wie immer. Ich glaube. Super. Eh klar. So, starten wir es wieder mal. Dass du morgen gehst mit Wemnant an. Aber. Ja. Oder ich habe mir vielleicht auch schon etwas anderes überlegt. Was mit dem Siedler-Klon jetzt? Das verschiebst du dann? Da habe ich schon zwei Streams gemacht. Achso. Was ein bisschen zart ist. Ich mache jetzt quasi die treue Karte. Und die sind aber urlangsam mit den Grenzen. Weil es ist nicht so wie ein Siedler, dass du den Wachtturm hinstellst und die Grenze ist erweitert. Sondern die Wachleute legen Stein für Stein die Grenze neu. Das heißt, du brauchst noch genügend Grenzsteine und so weiter. Und das dauert urlange bis die die Grenze gelegt haben. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich in derzeitigem Stadion nichts zu tun. Weil ich warten muss, bis die erweitert haben. Auf beiden Seiten. Was machst du? COD. Hm? COD. Ah, okay. Jaaaa! So, jetzt könnte ich den Chevro lägerlich wieder verkaufen. Da wäre das eh für neusch. Keine Fracht zum Verladen. Schreibt da mal. Was mache ich falsch? So einen Flatstar, den könnte ich jetzt ehrlich auch ausbauen. Mit deinem Panzer. Oder ich kaufe mir auch einen gescheitten. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Was heißt, dann kauf den Merzler. Offroad. Den Zorn. Irgendwas. Ich habe eh schon einen Mercedes hat. Ich habe mir gedacht, wenn wir eine Abwechslung reinkriegen. Ich lasse den Anhänger mal da. Wir haben auch einmal Stadion hier bei uns liegen. Wo wirst du? Ich weiß nicht weiter. Jaaa! Ich habe noch nicht die Abwechslung reinkriegen. Woa-.. den Woa-ron. Nicht Soron, oder? Oder Woa-ron, ja. Kann sein. Hört wäre der kostet. Kann ich mir ja nicht leisten. Was steht eigentlich dabei, was da herrscht? Boah! Ich bin kein Offroad. Bei mir sehe ich das... Allradantrieb immer an, bis der Patentens Sprüt verbraucht hat. Ja, Stufe S. Na weit, Hupfe nicht. Verkaut man die mal. Jetzt habe ich 66.000. So, was haben wir da jetzt noch dann? Sattelabhänger. Der schaut aber gut aus. Der schaut gut aus. Das ist ein Mod Truck, was ich jetzt gekauft habe. Da kommt jetzt auch an 9. Da haltest du nicht den Fässer. Ah, ich habe immer gedacht, ich gucke gleich einen neuen Haus. Aber jetzt kann man vielleicht mal jemanden 2. und dann... Ah, das ist zu leicht. Das ist jetzt zu leicht. So... 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 Einer steht draußen. Mhm. Bin sie gleich. Ich muss auch schauen, wie man die Anhänger dann... wieder wegkriegt. Da würde ich hoffen, dass du auch nochmal was machst. Dann... Ich muss auch schauen, wie man dann die Anhänger wieder wegkriegt. Jetzt... Jetzt haben wir 100 Anhänger irgendwo da stehen. So... Dann ne Brücke nehme ich auch gleich an. Bin ich schon da fahren? So... So... Leute. Bin wieder da. Ich bin da. Und du bist da. So... Und du bist da. So... Soll ich das gleich mitnehmen? Den Anhänger? Mit dem Aufkleidernen? Ja, sicher. Wieso? Ich weiß nicht, wie... Was ich falsch mache. Warte mal. Ich habe jetzt Felssturz ausgebildet. Mission. Das ist natürlich bei Stand. Ich kann's dir echt nicht sagen, was ich da falsch mache. Bin jetzt zwei Mal mit Stahldräger hingefahren, hat's mir nie angemacht. Zwei Mal verschiedene. Einmal am LKW, einmal jetzt am Anhänger. Einmal vom Stadtlager, einmal vom Lagerhaus. Das sind wirklich Stahldräger. Schon. Ich kann nochmal nach, ob ich los bin, aber... Wie kann ich das denn nachschauen? Auf der Karte steht das auch immer. Was man geladen hat. Echt? Ja. Stahldräger, ey. Okay. Und dann schauen wir mal hinzufahren. Da ist der, der ist schon auch so umgeleidig. Ich habe einfach hier. Das ist nur 5 R, N, G, LMF Der hat permanent einen Allradantrieb auch. Ja, das ist auch schon super. Halt mehr Spritverbrauch, aber... Ja. Und ich habe auf Differenzialsperre, habe ich diese Plus-Minus. Man ist Lastengang, Plus-Minus. Ah, Lastengang, ja. Kann ich da eigentlich gerade ausdufen? Oh. Oh, Mann, weil da nicht gefallener Strommast liegt. Ich kann das so fahren. Na, schauen wir mal, wie wir da durchharzen. Ich bin gespannt. Dann weiß ich wirklich nicht, was mit der Starter hier ist. Ich bin gespannt. Vielen Dank.